Ich bin ein Noob und habe meinen PTG-Account vergessen, zumindest mein Passwort und musste einen anderen Smurf-Account nehmen, der heißt TLB-ChaoticFly und werde mich dann demnächst irgendwann mit EP, weil das von den lieben Realt-Mitarbeitern gemacht worden ist, umbenennen. So, natürlich ist der liebe Flo dabei, der liebe Saul, der liebe Freaky und wir haben eine exklusive Person dabei, die das ganze Spiel kommentiert, der liebe Tony, hallo Tony. Scheiß werde ich machen, ich bin dabei. Bitte jetzt kauf dir mal irgendwas, kauf dir einen Trinklitz und dann los. So Saul, Saul, jetzt unser Problem. Welche reingehen wir denn? Top. So, Saul, Saul, stell dir jetzt mal vor, wenn du jetzt, wenn du denkst, du über irgendwas nachdenkst, dann hast du ja diese innere Stimme, in der du das hörst, sag ich mal, ne? Jetzt, dumm umschrieben. So, jetzt stell dir mal vor, du bist Taubstum, hast also nie eine Sprache gelernt. Wie ist das dann, wenn du denkst? Interessante Frage, sobald. Das ist wirklich eine interessante Frage. Können wir hier einen PTG-Folge machen? Normaler Mensch denken, wie wir denken, wenn du keine Sprache oder Kommunikation gelernt hast. Meinst du jetzt wie so ein Typ, der in seiner eigenen Welt lebt, oder was? Nee, nee, also schon, also es gibt ja auch, es gibt ja auch, warum hab ich jetzt einen Pfluggedeft? Es gibt ja auch, ähm, also, nee, warte, was wollte ich nicht sagen, ach ja, in der Gesellschaft, jetzt ganz normal, wo wir jetzt leben, gibt's ja auch, ähm, oh shit, gibt's ja auch Taubstum. Boah, du Furze, ne? Ich hab nur eingenommen, und, also, die ganz normal auch sind, oder halt mit Wernsprache, whatever, so, aber, wie ist denn das dann? Wenn man jetzt von Anfang an, also, seit, ähm, mit Beginn der Geburt, hauptstum ist, dann könnte es wirklich so sein, wie Brady sagt. Aber, da bin ich mir nicht sicher. Also, ihr, warum lasst ihr euch dann? Ihr versteht, glaube ich, meine Problematik, in der Frage. Also, ne? Ja, ich verstehste schon, ja. Weil, also, da hatte ich so drüber gedacht, so. Wie bist du überhaupt aufs Thema gekommen? Ist in der Frage. Man kann sich's aber, wenn ich heute auf Arbeit. Achso. Erkleidt alles. Willst du mal aufhören zu Last Hinten, Alter? Ich verkriege dich, oh mein Gott, ey. Der Star ungefähr. Ne, ich meine nur, wenn du dein E machen willst, dann hast du schon. Oh, have you seen that star? Have you seen that star? Oh, fuck me, ground like yet. Grand Lodders. Oh, sorry. Arrast me, Arteez. Mmm, Dead Trap, though. Well, blow me down. Brauch er ja eigentlich nicht Warden, oder? Oh, doch, die haben einen Jungler. Fuck, die Scheiße. Ja, mit einem Jungler werden. Ja, noch. Noch, 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 okay. Who's there? Ach, noch, noch, who's there? Darkness. Ey, es kotzt mich grad wirklich an, dass ich den, dass ich den Account nicht mehr weiß. Vielleicht weiß ich den auch noch, aber... Ich kotzt mich an, dass ich keinen Flash habe. Da kann ich gar keine Stuntflash-Tippers-Fix-Mace machen. Bei mir kommt grad irgendein... Warte, 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 nein, ich weiß, was ich vergessen habe. Es geht ein bisschen leiser zu machen, weil hier ein neuer Pitch kam. Ach, nee, ist okay. Forze. Oh, fuck, da geht mein, da geht mein GP5-Item ja kaputt durch. Warte mal, ich warte schnell. Better have Panther Support. Oh. Kein Kommentar. Ja, warte. Piep. Boah. Ich muss mir wieder Linken Park anmachen, ja. Du hast Linken Park? Ey, ohne Schle, ich hab heute den ganzen Tag auf Arbeit in die End gehört. Und schleifen, weil, weiß ich nicht. Weil halt so, ne? Hat's Bock, oder was? Ja, weiß ich nicht. Ist einfach so gut, dass die... Gibt so Lieder, die sind zu alt. Fick. Nein, komm zu mir. Nein, ich hab noch EEN. Warum tötest du den Pantheon nie? Weil ich dich... powerful,uck mal kann. grööööööch. Pfff, acke. nope, komm noch ein Stück rein. Komm, komm noch ein Stück rein. Hallo Ich bin es nicht gewohnt mit Any Support mit Heal zu spielen und Ghost Ich hab Ghost gezündet, damit ich zu dir gekommen bin Oh, Pundit auch Was? Lass die Minions tanken Minions tanken lassen Fuck, Alter Hätte ich vorher mein Mana-Ding eingesetzt, hätte ich sie getötet Warte, ich krieg sie gleich Bounce dich ab, bounce dich ab, bounce dich ab Ja, voll gebounce, Junge Oh Ey, hätte ich mein Mana-Ding eingesetzt, als sie mich gedivet hat, ne? Oh, mein Gott Brauche ich ein Sidestone? Nee Nee Laber doch nicht Ob du behindert bist, hab ich dich gefragt Hab ich dich gefragt Ja Ja Oh Oh Mann, ich hätte so die Pläser Na, Tony? Was? Schon nicht hier Du bist ja auch unser Ehrengast hier Ich? Ja Warum, wenn ich der Einzige seh, der nicht mehr zockt? Ja Knupf, Knupf Ich musste das mal stecken Ich musste das mal stecken So, du kriegst hier sehr viel Schaden Mach's ja auch nichts Mann, piss dich jetzt SP Hm Der stellt Trains Sehr gut Ach, der ist ja gewarded, ne? Ey, 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 ey Außer ihm scheint ja irgendwas gegen mich zu haben Naja, mag schon Break your support by? Ja Lol, hast du ja super Gleich weil ich ihn mit Killed habe Nice, kannst du da rein mal bitte, Dingsen? Dies könnte es sein, ja Halt die Fresse Pantheon! Aua! Let's dance! Hashtag Trades Ey, du Hure, Alter! Warte mal ganz kurz, ich mach mal ein Rat für mich Du, der geht die Passive von meinem Item wieder weg Kannste auch passen da drauf Das war Wurf So Ja, Wurf deinem Arm, Alter Ja, jetzt auch wegen Timo und so Ja Warte, er ist hier Aua, auf mich anzugreifen Aua, noch kein oben bei dir Bleib weg hier! Wir sind da lang gelaufen, gut No! Oh! Gott! Ah! Wow! Halt! Halt! Nicht mehr! Das war Doppel Wenn ich hier bleib und Minions tanke, vielleicht kommen sie wieder her F*** 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 Gage den 1, nur weil Ich bin einmal gängig, das war F*** Nocturne Ja Das Ding ist daran hab ich gar nicht gedacht, ne? Der Nocturne ist auch Level 4 Der Juggles nur zwischen Brave und Wolf. Oh ne. Du behinderter Brakey. Ich. Oh ne. Ey ohne Scheiß das war das letzte woran ich gedacht hab ne. Dass die Kater Ulti hatten. Fuck ey ich hab kein Mana. Guck mal Brakey, ich bin der. Der Traps. Nieder. Nieder to Sprung. Nicht. Eigentlich nicht gegen TF. Weil hab ich auch. Noll. Verweifel brauchen. Ach wenn man auch mein Dings drückt. Ah. Ich krefe mir was denn. Über Pante. Warte warte ich hab jetzt. Ich hab Tibbers. Bitch. Ey ich hab nix. Oh 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 oh. Oh oh oh. Oh 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 Ich kann mir deine Ulti, ne? Wenigstens kann ich behöflich sein. Soll ich mir trotzdem Zeitstom holen? Halt die Schlauchze! Oh Sol! Das war jetzt wirklich was Wax. Oh Sol, ja. Schatten. Meine Augenträne ein bisschen. Aber ich krieg ja auch noch kein Gold. KS Stom oder so, oder? Wieso kann das denn? Ich hab das G1 gefeiert. Achso. Hütte, Hütte, Hütte. Hütte, warum hast du den nicht geholtet? Hütte Farben doch die ganze Zeit. Hütte Farben doch die ganze Zeit. Hütte Farben, Junge. Ach, was mit Nocturne? Oh fuck. Ach, der gammelt die ganze Zeit im Jungle rum. Unser Twister ist scheiße. Ich will mit dir spielen. Ich kann zwar keine mit dir spielen. Das sind immer die Mitte, Mitte, Mitte oder ich fick deine Mutti. Und dann kacken sie einfach, weil sie nichts können. Gegen die da vor allem. Ich nehm mit Twisted Fate auch immer Exhaust mit. Ja. Ja, vielleicht hat er keinen Flash. Ja, aber warum will das keine Begründung für Exhaust? Vielleicht hätte er auch Clarity mitnehmen können oder irgendetwas. Ah, okay. Das bin ich echt groß. Für ne Mitte. Ah. Noll. Noll. Warte, warte, ich hab hier. The Blaze. The Blaze. Bipop. Ja, dann heal mal, du Bitch. Nee. Bin noch voll. Da, du es. Ja. Region. How many hits you? Ahhhh, die heals! H と Ye Heavy. Come on! ist das so scheiße, ey, wo der Mastery smash. Heiaia. Heiaia. Halten Sie am Maul, ich habe gut gecarried. Wie, du hast die Kills bekommen? Die Kills vor allem. Den einen. Ja, den Kills. Achso, Minion ist das wohl. Ah, jetzt hab ich mir ein Stunt versorgt. Haha, ich fass dabei raus. Ich weiß nicht warum, aber ich kann mit Flo nicht mehr ernst spielen. Warum? Wies das nicht schon seit Draven? Guck mal so. Halt damals hast du mich manchmal geframt, aber... Ja, das tut mir auch sehr leid. Im Nachhinein. Ne, eigentlich nicht. Aber sie wissen, wie ich das meine. Weil, weißt du, in the end, it doesn't even matter. Ja, genau. You tried so hard and dead so far. Der Partner macht gleich gläsend, wenn er sich drüberflasht. Pass auf. Huiiii. Dum 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 dum. Oh, ich bin sowas. Ja, mein. Weil's Quinn ist, alter. Oh, ah, warte mal auf. Trotzdem ist Quinn ist dumm. Wie funktioniert das Schild nochmal? Ach so. Oh. Oh, oh, oh. Ciao, Flo. Ciao. Wuuu. Wuuu. Ich, ich hab, ich hab'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n. Okay,kenst Minions. again the head Patermetro ab heute Abend. Das ist ihm okay. Ich hab'n'n'n'N'n'n'n' tej'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n´n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'. Ich dispositivnap them. Ich häre nicht veilig難 estáft. Aber ich hab'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n. Ich finds' auch geil, der TF sieht, dass他們 haffär of guy G Village bank und dass etwas n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'. bis ich tu des weg oh hütte oh hütte du bist zu achte höh hhh naaaaaaaaaaaaaaaa pssst hhahaha die ist öff hoff's doch noch ein paar Kills holen die nidda die ist elf okay wie ist es weiß und ja und anny ist auch elf hm chö-m meu hm chö-mö hm chö-mö hm chö-mö muss ich kurz mal bissin farmen gehen ach ne vau eins hm hm und you're ready to mount pfg von der clock get ready for my you know er auch will auch kreisloch will auch wieder dort hat er hier steht er hier unmittelbar so mein Leben ein Leben keine Mordel wird hier wird hier heute geht es jetzt machen nun er ist okay DARKNESS Kleint ist schon echt scheiße Los, der war's ficky Was ist er denn? Das regelt er Ich hab's gleich wieder ulti Ich hatte keinen Wader Schon okay, ich habe sie alle reingekriegt Nein Jetzt sagt ihr mal ich bin gar nichts mehr zuvor zu kriegen Alter ich hab die Fallout Plage Du? Ich habe das so so reingemacht so reingemacht ... so reingemacht Was ist denn mit der Niederfotze da unten? Warte, ich hab kein Wort. Hast du kein Flash oder was? Ne, aber ich kann Ghostblog machen. Wollen wir Ghoststun? Bist du bereit für Ghoststun? Warte, Cockblock. Timo ist es. Timo Reo. Timo? Ach, die haben Timo. Ich glaub die kommen Mitte. Ja man. Der war schon Pantheon. Piep. Piep-bu. Piep-bu. Lass mir den Niederfesten. Komm die, da geht auch ein Stück weiter. Was? Maaaaam, maaaaam, biep, piep, 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 piep. Haha, fucking Drive-By. Jaaa Timo, Top Power. Klasse, Alter. Das ist Hammer, Alter. Lass mal Timo fissen. Oh mein Gott, der Timo! Rekki ist ein Jahr. Jo, jetzt hab ich Lex auch noch, ey. Richtig geil. Ich geh mal Borderland. Meine Lane. Minions laufen vor. Such Pilze! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Rekki, lass mal hier im Kleinbusch campen und hier fisten, wenn sie kommen. Moment, ich brauch meine Lastits. Ich hab grad mal übel zu krassen Lacks. Wieso krass wurdest du noch nie gelegt, oder was? Ja, ja. Möchten sie mal bitte? Komm, jetzt komm, jetzt komm. Aua. Macht ja schon Schaden ein bisschen. Ich habe gehört auch der Bord ist Action. Oh, Action, Ghost. Action. Bin unterwegs. Dir nichts. Ich habe die machen für dich. Oh, 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 oh. Kommt auch mal gespät, ey, so. Kommt auch mal früher. Machst du mal wen, ey. Nice. So, hast mein Belt gekauft, wird denn der Topf getestet? Komm, Brokkoli Bernd! Brokkoli Bernd! Oh, Twisted Fate! Oh mein Gott, all school GG ist das! Fistfehrer! Wo ist denn Timo jetzt hin? Das stimmt hier irgendwo, oder? Fiste der mich mit der Timo? Naja, eigentlich. Was spielt denn der? Weiß ich nicht. Was soll denn das, Leute? Bitte rein, oder was? Kannst du die bürschen? Nein! Bürschtet die mal! Jetzt bürscht man sie! Bürschtet die mal! Oh no! Bürschtet sie! Ja, klasse! Ich komme! Ich komme! Bitte lauf! Bitte lauf! Bitte lauf! Oh! Actually I'm living! Oh! Punching! Oh! Los, Teebas! Mach den Tower! Bitte, was machst denn du da für Action? Action! Für Action mach der! Mach ich gleich mal im anderen Teil rein! Fuck, oder? Schade! Ja! Ja, die wissance bueno! Hast du gut gemacht, ich bin stolz tatsächlich. Ja, danke schön! Ja, bleibt genau, bleib genau da stehen! Sie werden mich niemals töten können! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! erst, dann, dann schmeißen doch, ach lol, ich wollt grad ah ne, mann pfff wir haben nen teddy bear und nen vorker keine vorker wo ist die kdu? ich will meine kdu katzenuhr katzenuhr? mhm fahren wir auf top weißt du mich? ne, ja, aber schon die caitlin die ist auf der portlane nene, nene, nene nein, 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 nein ich nicht ich auch oooooh falei versteh ich wirklich jetzt nicht warum Warum nur? Easy. Naja, mal ehrlich, es stand 2016. Was soll'n' das? Davon abgesehen, dass ich fast alles gewonnen hätte. Weil die einfach nicht wollten, dass ich... Ach so. Naja, gut, stand O5-Ballens, oh mein Gott. Ich hätt' mir jetzt KDU-Instant gekauft. Das war ein... komisches Game. Punt fat on board and play something like AD aggressive support. Ja und? Ich hab fucking Annie gespielt. Have you seen that stunt though? Naja, dann würd' ich sagen, wirst du in der nächsten Folge von PTG bei Particle League of Legends mit den anderen Chaoten. Und Flo. Hey, okay, das war eigentlich ein Kompliment. Jaja. Und dann schlipp dich auch. Tschüss.